Oh, du hast auch eine Gabba, dieser Song ist doch schlecht Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Hack Und wir spielen weiterhin auf dem Berglaubserver Und übrigens war ich in der letzten Folge durch komplette Missgeburt Da ist ein Eisenglock Hier kommt auch dann Eisen raus, so rein zufällig Das hätte sich der Cedric natürlich denken können, aber nee Ich hau mir jetzt einfach gleich ein gutes Schwert zu kunden Was, da war ein Eisen? Als ob Nee, sehe ich gerade gar nicht ein Gib jetzt Eisen Gib jetzt Wunsch war es Eisen spawnt so langsam Alter nein Nicht Ah ja, klar Aber hier liegen 88 Eisen rum Nice Hauptsache jeder gammelt bei mir rum Klar So So So, das reicht aus Und hier dürfte es rüber gehen Nee, nein Dieses Mal gehe ich nicht in die falsche Richtung Wie erwartet haben sie noch immer kein No-Cheat Hätte mich auch jetzt gewundert Äh, Scafford Walk Go, go Ich wollte gerade genau cheatet werden Aber das ging natürlich nicht Äh, so Schnell zum Bett Easy So, den Die Und Den hier hinten auch Ich finde das ja immer noch so witzig Jetzt alleine Teams komplett zu zerstören So Wirklich halt riesige Teams Alles klar Ist Ist Stark Die letzten zwei blauen sind da hinten Alles klar Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Bis gleich Und wir sehen uns in der nächsten Runde Ich gehe Hehehe Hehehe Ich meine Hab ich Gesagt Das ist eh Das ist Das muss Moritz sein Das Das kann schon gar nicht anders Das kann gar nicht anders sein So wie der auch am Abgehen ist Näh Das ist das Safe Call Oder Oder Äh Näh Sowas würde Tobias Äh Tobias Alter Moritz nicht schreiben Aber AIDS Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder mit dem Gleichen Bekannten von vorher Der Typ nämlich Hehehe 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 Es ist so schlecht Ne Hehehe Hehehe Hey weil ich den doch immer nicht gefrandet habe Warte mal ganz kurz So jetzt habe ich ihn gefrandet Jetzt hitze ich ihn auch nicht mehr Alles klar Und Tschüss Äh Er fliegt ihm nach Oder auch nicht Hehehe So welche Runden gehen aber so scheißen schnell Wir sehen uns in der nächsten Runde So unfair zwei Hacker Alles klar Und wir sehen uns in der nächsten Runde Ich habe es schon leicht angekündigt Und ich mache mal den Spammer an Easy Hehehe Oh Das ist auch nekka Haha Dieser Server ist so schlecht Ne Ich wollte es nur mal gesagt haben Dieser Server ist so schlecht Wir brauchen echte Schwerter Warte mal Ich gehe ganz kurz in die Mitte Okay Ich gehe nicht ganz kurz in die Mitte Ich gehe zu dieser Insel Dann hole ich hiervon ein Schwert Und dann fick ich damit den Hacker Warte So Schwert So Der letzte Rote ist bei unserer Base Und den werde ich dann jetzt gehörig Ficken So Easy Alles klar Ich habe den scheiß Hacker getötet Ja Und es war ne einen Minutenrunde Es hat perfekt gepasst Ey Dieser Server ist so schlecht Erstmal Feedback wieder abgeben Sehr gutes No Cheat Anerst der Case Cool Ich mache das irgendwie jetzt von jedem alt Buchensohn Also Ich möchte ja jetzt nichts sagen So Ähm Ich habe mal meinen Spam eingeschaltet Übrigens Dieser Flynn Thomas Jointt mir die ganze Zeit nach Er weiß Ich weiß nicht wie Wie er es hinkriegt Ich sehe den nichtmals mehr in der Lobby Aber er joint mir dauerhaft nach Und hier spammt ein anderer mit Wir gegen Kevins.de Und er meint Es denken einfach andere Leute Dass er Haze ist Aber okay Ist wahrscheinlich Ist wahrscheinlich so Hallo Catbeard Tschüss Catbeard So Extreme HD hackt auch Alles klar Catfish Zeit für deine Abrechnung Mein Freund Just Arocs Ist auch noch einer von denen Alles klar Was schat Alles klar Alles klar Alles klar Dieser Server Er ist so scheiße Ich habe Ich habe Auf Hacker Heute überhaupt Keinen Bock mehr Hm Schlecht Für ihn Und ich habe irgendwie Zwei Fans In der Runde Aber naja Ja Zay Bietet sich wieder Den Kampf hier mit mir Der Hurenzen Ähm So Hauptsache ich habe zuerst ein Schwert Und alles ist gut Oder der hat eine Spitzsacke Und hätte mich fast getötet Einfach Erstmal frienden So Ich glaube Extreme ist erstmal weggeflogen Der hat kein Leben mehr Der Hurenzen Ach ne Warte mal Extreme ist doch Warte Hä Ach ne Zay ist der einzig rote Aha Sehr schön Alles klar Und wir sehen uns In der nächsten Runde Also ich Ja Ich fand ich immer so Beleistet Ich sollte Eindeutig YouTuber Rang bekommen Damit ich mich Nicken kann Über diese Fans Ja Ja Nein Spaß Alles klar Mutterficker HD Ist am Start Das ist ja schon mal Kann ja nur Ein gutes Zeichen sein Äh Eisen Spawn doch Spawn doch Hallo Dankeschön Dummer Huren Und so Nächste Gamer Hat das Spiel Verlassen Äh Ohne Spaß Ich meine Ich hab ihn gefickt Hab ich ihn? Ne Er hat ihn Ja ne Ich hab ihn gefickt Ich hab Zay gefickt Und Mutterficker HD Wurde von Flynn Thomas gefickt Alles klar Und wir sehen uns In der nächsten Runde Jetzt ist Extreme HD In unserem Team Und Flynn Thomas Im anderen Alles klar So Und Zack Eisen geholt So Die Sache ist Ich hab Flynn Thomas Gefriended Das ist grad nicht Besonders Praktisch Für mich Ich hab ihn Entfriended In der Luft Wer ist der Boss Aber Lol Er wurde gekickt fürs Liegen Okay das war schlecht Das war schlicht Äh Aber naja Wir sehen uns In der nächsten Runde Ich finde übrigens Witzig Dass ich bis jetzt Keine einzige Runde Verloren habe Wollte ich mal so gesagt haben Äh Ups Oh Ja der hat schon Das Bad Gut Äh Ach du Scheiße Nein Der hat da schon Das Eisen Ich brauch von hier Das Eisen Dann Gib mir das Eisen Do Alles klar So und jetzt kann ich mir Schnell ein Schwert Kaufen Und dann kann ich Den Hacker Wieder ficken Alles klar Er wurde schon gefickt Er ist für Kick Die werden Die Bustlust Klein gekickt Das ist so Das ist doof Die sind schlecht Äh Müsen wir euch Yo Leute Herzlich Willkommen zurück Zum nächsten Let's Hack Mit Wurscht Danzmüll Natürlich Dem Echten Kann ich jetzt Den Titel schreiben Ja Nein Das meinte ich Gerade Übrigens Nicht ernst Und da heißt auch einer No Hacks Just Arab Den Namen finde ich Irgendwie witzig Auch wenn Arab PvP in Hupen drin ist Ahem Er bekommt so viele Kills Ich grad gar nicht ein Alles klar Es ist nur noch Sey Und Sey bekommt Kein Eisen Kannste vergessen Digga Weißt du wie viel Du das vergessen hast Kannst Sehr So Und wir sehen uns In der nächsten Runde Und wir sehen uns In der nächsten Runde Ein bisschen spät Okay So ungefähr Fünf Sekunden spät Als alle anderen Aber ich weiß Wo drauf Tschüss Tschüss Achso Hä Ich hatte grad Irgendwie Hatte ich ihn Nicht getötet Äh Jetzt kriege ich Kein Kell Nein Ich will ein Kiemen Ich hab den Kell Nichtmals bekommen Ha Wir sehen uns In der nächsten Runde Und Und wir sind in der Nächsten Runde Maroon Thunder Anscheinend auch ein Hacker Alles klar Weiß man ja schon Bescheid So Eisenspawn Hallo Kief 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 Dankeschön Danke Bei dir Und tschüss 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 Okay Ich Lol Alter Ich glaube Maroon Thunder Der war ja im Gegend Warte mal Habe ich den Maroon getötet Warte Ja ich hab Ne Der wurde von einem anderen Aus meinem Team getötet Lol Ist ja schlecht gewesen Ja Wir sehen uns In der nächsten Runde Äh Lö Wir sind lö In der lö Nächsten Runde lö Auf Französisch Weil Hallo ich hab lö Gesagt Das ist sehr fortgeschrittenes Französisch Ja das ist es Gib mir Eisen Dankeschön Alter ich liebe es Zay ist irgendwie In meinem Ach ja genau Ich hab meine Fans Wieder gefunden Ich habe Zay gefunden Und ich hab wieder Den Äh Flynn Thomas Wieder gefunden Also diese Runden Dauern 30 Sekunden Es hat genau 33 Sekunden gedauert Dann war die Runde Zu Ende Äh Fix Äh Hallo liebe Haze Community Ich bin zufriedener Kunde Bei der Cedric Moritz GmbH Sind echt krasse Produkte So haut rein Ciao